Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit dem dritten Teil meines Subs, meiner Subbücher. Also alle Bücher, die ich noch ungelesen auf einem Stapel habe, beziehungsweise eben im Regal oder auf dem E-Book Reader. Ich habe euch ja meine Bücher in drei Teile aufgeteilt. Heute sind wir beim dritten Teil. Ich packe die anderen beiden Teile unten in die Infobox. Solltet ihr die noch nicht gesehen haben, schaut gerne mal vorbei. Ich habe jetzt sozusagen den ganzen Rest. Es wird sehr Fantasy-elastig, es wird ein bisschen romantisch. Und E-Books und digitale Bücher habe ich jetzt alle hier, die ich irgendwie in den anderen beiden Videos nicht kategorisch sozusagen zugeordnet habe und es alles ein bisschen durcheinander ist. Aber es ist natürlich immer die große Kunst, digital und haptisch so ein bisschen zu sortieren. Ich habe nach Genre so mehr oder weniger in den Regalen sortiert. Aber bei den E-Books, wenn ich da nicht gleich was gesehen habe, ob das ist ein E-Book oder was auch immer, ich habe jetzt einfach geguckt, dass ich alle Bücher noch unterbekommen habe. Wir sind bei um die 80. Lovely Books sagt etwas von 83 Subbüchern zum Ende Juli diesen Jahres. Und ich bin sehr gespannt. Vielleicht machen wir das ja tatsächlich einmal im Jahr und schauen uns da einfach mal meinen Sub an. Und ich finde, die Subzahl ist etwas komplett Subjektives, ob man sich damit wohlfühlt oder nicht. Ich sage immer, solange alles so nicht dreistellig ist, fühle ich mich ganz wohl. Und mich haben aber auch meine Substände bei über 100, 110 nicht wirklich gestört, weil ich ja da immer kontinuierlich dran bin. Da könnt ihr mir ja gerne mal sagen, wie es euch da so mit eurem Sub geht, ob ihr eure Anzahl überhaupt wisst, ob ihr das irgendwo trackt oder ob das eher was ist für ganz buchige, mördige Menschen. Und ja, ich denke, wir starten jetzt einfach so ein bisschen erst mal wieder mit den haptischen Büchern. Dann blende ich euch, ich glaube, in dem Video auch ein paar E-Books ein und auch noch ein Hörbuch, was ich im letzten Video vergessen hatte. Und ja, starten wir ein bisschen mit den romantischeren Büchern, die jetzt so im Regal stehen. Es sind gar nicht so viele, weil ich die sehr oft... Also romantische Bücher sind bei mir sehr selten Highlights. Deswegen habe ich die oft ja im Grunde in digitaler Form. Aber das sind jetzt Bücher, die ich, glaube ich, auch so ein bisschen ertauscht habe und ja, mal günstig gekauft habe. Und ja, ein Niklas Sparks und zwar Mein Weg zu dir. Ich habe früher ganz gerne mal Niklas Sparks gelesen, aber er ist mir oft einfach zu gefühlsdramelig und immer jemand krank, immer jemand kommt gerade aus dem Krieg oder irgendwas. Und das ist mir oft ein bisschen too much. Deswegen lese ich sehr selten Niklas Sparks. Aber ich glaube, das war in einem Tauschpaket drin. Und ja, hier heißt es, ob Liebe die Vergangenheit überwinden kann. Und ja, die beiden sind 17, als sie sich ineinander verlieben. Doch die Familien bekämpfen die Beziehungen. Und ja, 25 Jahre später, nach ihrer Trennung, treffen sie sich aber in dem Heimatstädtchen wieder. Und sie empfinden immer noch was füreinander. Und mittlerweile gab es aber auch einige Schicksalsschläge. Ich finde, sowas ist immer ganz schön im Sommer. Also mal gucken, ob ich es jetzt wirklich im August oder noch September gelesen bekomme. Ich könnte mir sowas auch an meinem Strandurlaub im Oktober vorstellen. Aber da muss man schon ein bisschen auch in Stimmung sein. Ja, Danny Atkins. Sieben Tage voller Wunder war eine Empfehlung von der lieben Zuschauerin Sarah. Ganz liebe Grüße an dich. Ich hatte, glaube ich, Danny Atkins in einer Kurzgeschichtensammlung in meinem Urlaub entdeckt. Und zwar waren das so verschiedene Geschichten mit ganz verschiedenen Autorinnen. Glücks, Glitzer, Glitzer, Glück, Glitzer, irgendwas. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Und da habe ich so geschwärmt von Danny Atkins Kurzgeschichte, die mich wahnsinnig berührt hat. Und ich habe auch zwei, drei erste Geschichten von Danny Atkins gelesen. Also ja, genau, die, was hier auch abgebildet sind. Die Achse meiner Welt, die Nacht schreibt uns neu und der Klang deines Lächelns war es, glaube ich. Die habe ich damals auch gelesen. Und ich mochte auf jeden Fall eins und zwei sehr gerne. Und ich glaube, der Klang des Lächelns, die mochte ich nicht mehr so. Und dann hat mir aber die liebe Sarah gesagt, Mensch, wenn dir das hier gefallen hat, probiere es doch mal mit sieben Tagen voller Wunder. Denn der Moment, in dem du den Menschen triffst, auf den dein Herz gewartet hat. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das so ein bisschen sein wird. Wir sind hier auf jeden Fall in England. Und ja, sie ist auf dem Weg nach England, glaube ich, zurück nach England. Da trifft sie auf einen Mann, dessen Augen sie sofort in ihrem Band ziehen. Und dann ist sie aber ein bisschen enttäuscht, als sie in das Flugzeug steigt, dass sie mit ihm nicht gesprochen hat. Aber das Schicksal führt sie zusammen. Und es ist auch kein sehr dickes Buch. Und ja, bin ich sehr gespannt, ob mich das auch so begeistern kann, wie die Kurzgeschichte in dem Roman. Schon im zweiten Video angekündigt ist, dass ich hier etwas von Sarah Morgan habe, schlaflos in Manhattan. Eine liebe Freundin von mir schwärmt mir ständig von Sarah Morgan vor. Und ich habe noch nie gefühlt etwas von ihr gelesen, zumindest nicht bewusst. Ich glaube, im letzten Jahr dann eine Weihnachtsgeschichte von ihr. Ich habe auch eine Weihnachtsgeschichte ja hier auf dem Sub. Die habt ihr im zweiten Video gesehen. Und hier ist das, glaube ich, der Auftakt auch einer Reihe. Und wir sind eben in Manhattan. Es gibt nette Freunde, ein riesiges Apartment. Und alle haben ja einen tollen Job. Und ja, wir treffen hier auf Paige. Und ja, ich bin sehr gespannt, was ihr noch in der New York-Liste fehlt. Und das ist definitiv noch ein Kandidat, der jetzt im Sommer von mir gelesen wird. Dann das Mädchen, das die Welt verendete von von Alfonso Pekorelli. Sie, auch ein dünnes Büchlein. Was geschieht, wenn der letzte Funken Menschlichkeit erloschen ist? Die kleine Marie begibt sich auf eine fantastische Reise, um dies herauszufinden. Es soll ein zeitloses Meisterwerk, dessen Magie sich unmöglich entziehen kann sein. Und das hat mich sehr angesprochen. Und es war auch kein sehr dickes Buch. Und ich glaube, ich habe das irgendwo mal beim Tauschen entdeckt. Ich glaube, es war so ein 2 zu 1 Tausch. Da war das mit dabei. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was uns die 8-jährige Marie hier erzählt. Eine Geschichte, wo ich den Film schon kenne. Mit Robert Redford und Jane Fonda. Und die liebe Adriana Popescu immer wieder von Unsere Seelen bei Nacht schwärmt. Von Kent Haruf. Und ich möchte das unbedingt mal lesen. Ich fand den Film schon sehr schön. Ich glaube aber, dass das Buch einfach mehr Tiefgang hat. Und hier sind wir in der Kleinstadt in Colorado. Und wir treffen auf Eddie, die Witwe, 79 Jahre. Und sie klingelt bei ihrem Nachbarn. Sie macht ihnen einen ungewöhnlichen Vorschlag. Ob er nicht bei ihr übernachten möchte. Immer mal wieder. Sie möchte da gar nichts von ihm. Aber ihr fehlt es, dass eben jemand neben ihr liegt. Und ja, ihre besondere Beziehung sorgt dann eben für Aufsehen. Und ich fand den Film schon richtig gut. Und habe den in guter Erinnerung. Und bin jetzt gespannt, was mir da das Buch liefern wird. Ja, dann wird es ein bisschen, ähm, ja, thrillig. Ja, ich habe, glaube ich, zwei Bücher auf dem Thrill-Stapel. Und zwar zum einen von Arno Strobel. Fakt bzw. Fake ist aus einem Wanderpaket von der lieben Anker. Wer soll dir glauben? Wer soll dir jetzt noch glauben? Ich mochte diesen Science-Fiction-Thriller von Arno Strobel zu Beginn ganz gerne. Gerade wenn ich an das im Hotel denke, offline. Und ich mochte auch noch das mit der App, wo ich dann weg war, wo alles geteilt wurde. Das fand ich sehr strange. Und ja, hier heißt es, du hast diese Frau noch nie gesehen, aber sie sagen, dass du es warst. Sie haben dich auf Video. Der ultimative Beweis. Absolut wasserdicht. Du bist überführt. Aus der Sache kommst du nicht mehr raus. Deine ganz persönliche Hölle beginnt genau jetzt. Und ich glaube, dass Anker nicht ganz so begeistert davon war. Und ich muss in Thrillers Stimmung sein. Dann werde ich dem Buch auf jeden Fall eine Chance geben, weil mich eben Arno Strobel doch des Öfteren schon mit seinen Thrillern auch begeistern konnte. Ja, dann weiß ich gar nicht, ob man das Thriller so nennen kann. Also es ist eher so ein Horror-Thriller aus dem Red Rum Verlag. Da hatten wir auf der Leipziger Buchmesse ein ganz tolles Gespräch mit dem Verlagsinhaber. Und ich habe mir Docs mitgenommen, weil das wohl das unblutigere Buch auf diesem Stapel sein soll. Und ich einfach dachte, ich fand diesen Austausch so toll, diese Leidenschaft, die er gezeigt hat. Und hier geht es eben um Hunde in einer Kleinstadt. Und die sind eben überall. Und ja, sie wollen eben nur eins. Sie wollen satt werden. Und ja, der Red Rum Verlag legt wohl auch Richard Bachmann Bücher in Hardcover-Form auf. Da haben wir das Zweitbuch, was ich mitgenommen habe. Das hat die liebe Becky dann bekommen. War eben ein Richard Bachmann. Und so sind wir drauf gestoßen. Und es könnte wohl so ein bisschen wie Kujo sein. Aber es ist natürlich kein Stephen King. Es ist von Andreas Laufhütte. Ich bin gespannt. Also ich habe mich noch nicht dran gewagt. Weil bei Tieren, das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Also Menschen können sterben. Bei Tieren bin ich ein bisschen empfindlich. Aber ich bin trotzdem neugierig, ob das was für mich ist. Und ja, schauen wir einfach mal. Und dann wird es, glaube ich, schon ziemlich Fantasy und Science-Fiction-lastig, würde ich fast sagen. So, wenn ich das jetzt hier alles sehe. Und die Cover sind gefühlt auch alle irgendwie schwarz. Man könnte sagen, die Fantasy hat etwas gemeinsam. Sie ist schwarz. Ja, ein Buch, das ich, glaube ich, zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Von Marina Neumeyer Infinitas. Fluch aus Glut und Asche. Mit einem richtig schönen Buchschnitt, wie ich finde. Und eine Ewigkeit begraben. Nun ist sie erwacht. Eine fesselnde Liebesgeschichte zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Und es ist eine Fantasy-Liebesgeschichte, die auch den New Piper Talent Award 2019 erhalten hat. Und ja, wir haben hier Aliqua, jahrhundertelange Gefangenschaft unter der Vulkanasche des Vesuv. Und sie kann sich dann überraschenderweise befreien. Sie befindet sich im Zentrum eines uralten Konflikts. Seit der Antike lastet auf den Familien Omodeo und Pomponio ein Fluch, der Fluch der Unsterblichkeit. Und dann kommen auch noch die römischen Götter zurück mit ihrer Grausamkeit. Klingt richtig, richtig gut. Bin ich sehr gespannt. Muss definitiv weiter oben auf dem Substapel landen. Ein Buch, was ich mir in Nürnberg als Mängelexemplar mitgenommen habe, ist Wenn die Dunkelheit endet von Constanze Sawyers. Das ist eine Geschichte, die ich schon ein bisschen länger auf der Wunschliste hatte und es dann als Mängelexemplar für 5 Euro in Nürnberg entdeckt habe. Eine magische Liebe, die Jahrhunderte überdauert. Es soll ein mitreisender Roman sein und eine zauberhafte und berührende Liebesgeschichte. Und es beginnt im Frankreich des 19. Jahrhunderts und da verliebt sich Juliette Lacomte und der Maler August Marchand. Doch ihre Mutter ist dagegen und sie belegt ihn dann mit einem Fluch. Und dabei macht sie aber einen Fehler, denn versehentlich bindet sie die Tochter, also die Seele ihrer Tochter an die des Malers und verdammt nun ihre Tochter, diese unglückliche Liebe wieder und wieder und wieder zu durchleben. Hatte für mich so ein bisschen einen Touch von Eddie LaRue von Victoria Schwab oder B.I. Schwab. Und das fand ich einfach super spannend. Ich habe dazu aber auch nie irgendwer auf Booktube oder so Rezensionen gesehen. Aber ich dachte, für 5 Euro kann man nicht so viel falsch machen. Ähnlich mit dem Rabenprinz von Margaret Rogerson, da habe ich euch vorhin schon ein E-Book von der Autorin gezeigt. Auch hier hat irgendwer auf Booktube geschwärmt und ich glaube auch das ist ein Standalone, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, Isabel ist eine begabte Porträtmalerin mit einer gefährlichen Kundschaft, das unheimliche Volk der Elfen. Unsterblich Wesen, die nichts erschaffen können, ohne zu Staub zu zerfallen. Doch als Isabel ihren ersten königlichen Kunden empfängt, Rook, dem Prinz des Herbstlandes, begeht sie einen fatalen Fehler. Sie malt den Schmerz in seinen Augen. Eine Schwäche, die für Rook einem Todesurteil gleichkommt. Um sein Leben zu retten, müssen Isabel, Isabel und Rook lernen, einander zu vertrauen. Doch kann man einem Elfen trauen. Und wunderbar, dieses Cover, was ich ergattert habe. Ich glaube auch über Tauschticket und ich bin da sehr neugierig. Also ich habe von Margaret Rogerson jetzt, glaube ich, schon vier, fünf unabhängige Stimmen gehört, die immer begeistert sind. Und auch auf Booktube, ich komme nicht drauf, wer das erzählt hat. Ja, es tut mir sehr leid. Wenn es mir einfällt, versuche ich es in der Infobox zu verlinken und freue mich da aufs Lesen. Dann ein Buch, was relativ neu dieses Jahr erschienen ist von Diane Winnie-Jones. Die verborgene Geschichte des Tom Lynn hatte ich schon im Englischen auf der Wunschliste, ist dann im Deutschen bei mir eingezogen. Denn es ist eine außergewöhnliche Geschichte über die Magie von Geschichte und die Macht der Fantasie. Und es soll eines der besten Bücher seit Langem sein und wird sogar so ein bisschen mit Tolkien und T.S. Eliot verglichen. Und ja, wir treffen auf Polly Whitaker. Sie hat, sie bemerkt, dass sie zwei Erinnerungen hat. In einer ist ihr Leben trostlos, langweilig und öde und in der anderen Erinnerung gibt es da jemanden, den charmanten, etwas schusseligen Musiker Tom Lynn. Sie schreiben sich Briefe, tauschen Bücher aus und erfinden Geschichten und Abenteuer über mutige Heldinnen und wilde Bestien. Tagträume, die sich langsam einen Weg in die Realität bahnen. Doch wie konnte sie ihn vergessen? Und mit Hilfe eines gestohlenen Gemäldes erkennt Polly, dass Toms Leben in Gefahr ist. Und ja, sie muss jetzt ihre gemeinsamen Geschichten durchschauen und dann kann sie ihn hoffentlich auch retten. Und das klingt richtig, richtig toll, dass man hier eben in Erinnerung geht, dass da irgendwas nicht passt und dass man dann eben versucht, den anderen zu retten. Ja, freue ich mich drauf, bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt, was mich erwartet. So, jetzt kommt der nächste Stapel. Ja, das mit der Fantasy nimmt hier gar kein Ende. Wir könnten aber zwischendrin ja mal kurz was Science-Fiction-mäßiges einziehen, anschauen. Und zwar ein Buch, das ich auch bei meinen drei ältesten Subbüchern hatte. Und zwar die letzte Astronautin von David Wellington. Wir dachten, wir würden sie nicht, wir dachten, wir würden sie nicht länger brauchen. Wir haben uns geirrt. Eine Empfehlung von der lieben Kerstin Merkel, die auch ganz erschüttert war in meinem längsten Sub sozusagen Büchern, dass das noch nicht gelesen ist und sie selbst, sie konnte sich aber auch nur noch an das Ende erinnern. Und ja, ein Buch, das sie die kalten Tiefen des Weltraums zu gleichen Teilen mit Schrecken und Verwunderung betrachten lässt. Bin ich super neugierig. Ich reise ja ganz gerne mal ins All. Ich wollte ja auch immer mal eine Mondmission machen und auf den Mond fliegen, da Kaffee trinken und auf die Erde schauen. Das klappt jetzt wohl in diesem Leben nicht mehr. Aber dementsprechend zieht es mich da hin und es ist relativ weit oben auf dem Sub. Es muss jetzt demnächst einfach mal gelesen werden. Ja, dann fangen wir so ein bisschen an mit dem Start. Es sind echt immer sehr dunkle Cover. Es ist faszinierend. Ja, ein Buch, das ich ertauscht habe und zwar die Stadt ohne Namen. Akers Reise von Eleonore de Villepoe. Französisch ist nicht meine Stärke. War oder der Auftakt war auf jeden Fall in aller Munde. Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf jeden Fall auf YouTube hat man das Buch öfter mal gesehen. Das ist hier auch ein Leseexemplar, was ich nicht so schlimm finde. Vor allem, wenn man es ertauscht, finde ich das nicht so schlimm. Ja, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Da steht ja gar kein Jahr drin. Das ist ein bisschen ungünstig. Aber es sollte doch letztes Jahr oder vorletztes Jahr gewesen sein. Berlin, 21. Naja, dann sind es sogar schon fast zwei Jahre. Und ich glaube, mittlerweile ist auch schon der dritte erschienen. Eine Stadt voller Magie und dunkler Geheimnisse. Der fulminante Auftakt zum Fantasy-Epos. Auf der Suche nach ihrem Vater kommt die junge Arka in die sagenumwohmende Stadt Hyperbortea. Also der Klappentext, diese Schrift ist, weiß ich gar nicht, wer sich das ausgedacht hat. Doch wie soll sie den Mann finden, den sie nie zuvor gesehen hat? Zu ihrem überraschenden Verbündeten wird der Magier Lassianax. Auch er verfolgt eine Mission. Er will den Mörder fassen, der Hyperborea in Angst und Schrecken versetzt. Und es soll in den Grundfesten erschütternd sein. Ich bin sehr gespannt, sehr neugierig. Ich finde auch das Cover richtig schön. Und frage mich gerade, warum das eigentlich so lange schon auf meinem Sub liegt. Dann ein Buch von Leigh Bardugo. Die Sprache der Dornen. Ich liebe das Grishaverse mit der Grisha-Reihe, mit den Krähen, mit der Nikolai-Deologie. Und die Sprache der Dornen ist aber etwas ganz, ganz anders. Es ist düster, magisch und wünterschön. Sechs märchenhafte Erzählungen von der Wessel-Autorin Leigh Bardugo. Die Liebe spricht durch Rosenblüten, aber die Wahrheit braucht Dornen. Und das fand ich schon richtig, richtig toll. Es geht um hungrige Wälder, magische Künste und grausame Geheimnisse. Und in der Welt der Grisha und der Krähen erzählt man sich in langen Winternächten gern Geschichten voller dunkler Versprechungen von der Meerjungfrau, deren Stimme furchtbare Stürme heraufbeschwören über eine alte Kräuterfrau, die viel mehr ist, als sie scheint, bis zum hässlichen Fuchs, der sich beim falschen Mädchen einschmeichelt. Freue ich mich sehr drauf. Ist definitiv auch was für Herbst-Winterabende. Das wird in diesem Jahr auf jeden Fall dann auch gelesen. Dann eine Empfehlung aus Zuschauerreihen. Und zwar Die Lieder der Erde von Elsbeth Cooper ist der Auftakt einer Reihe, ich glaube einer Trilogie. Und es heißt nur, wer die Lieder der Erde hört, kann das Geheimnis der Magie ergründen. Wir haben hier einen der größten Fantasy-Romane unserer Zeit. Das finde ich immer ganz wichtig. Das ist natürlich immer nur so bedingt spürbar. Ist, glaube ich, auch schon über zehn Jahre alt. Richtig, aber ich glaube viel mehr. Ja, ein Hexer muss sterben. Darüber lässt das heilige Buch von Erdor keinen Zweifel. Grausam verfolgt die Kirche all diejenigen, die bei der Ausübung von Magie erwischt werden. Doch dann geschieht das Unfassbare. Der junge Gai, eben noch auf seine Verurteilung als Hexer wartend, kann mithilfe eines mysteriösen Fremden fliehen. Auf der weiten Reise zu den Westinseln erfährt Gair, dass er eine besondere Gabe besitzt. Er kann den magischen Schleier, der die Welt vor dem Chaos und der Zerstörung dämonischer Wesen bewahrt, weben. Und ja, dann erfahren wir auch noch ein bisschen was über den Retter. Freue ich mich drauf. Klingt einfach episch und nach wunderbarer Fantasy. Und bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Dann habe ich, ich weiß gar nicht mehr in welchem Video, war auf jeden Fall auch ein, drei Bücher, die auch im Grunde eine Empfehlung einer Zuschauerin. Und zwar von Robin Hupp, der Weizseher. Ich glaube, es war so ein bisschen, ging um die Autoren, die man jederzeit liest, ohne eigentlich zu wissen, um was es in dem Buch geht. Und da ist der Name gefallen. Dann habe ich nach einer Empfehlung gefragt. Und es war dann ja im Grunde diese Reihe von dem Weizseher. Denn es ist ein Held, den man nie vergisst. Wir treffen auf Fitz, der an den Hof gebracht wird, denn es wartet ein schweres Schicksal auf ihn. Er ist der Bastardssohn des Kronprinzen. Seine bloße Existenz ist ein Skandal. Und seine verborgene Gabe der Weizseherzicht fielen ein Dorn im Auge. Einzig der alte König erkennt seine wahre Fähigkeiten und macht Fitz zu seinem Werkzeug. Werkzeug, Werkzeug, Werkzeug. Denn das Königreich der sechs Provinzen ist in großer Gefahr und nur die magischen Weizseher können den Verderben trotzen. Klingt ebisch, klingt groß und es soll auch ein bisschen bildhaft, vielleicht sogar ein bisschen langsam, langatmig, wie mancher dann in der Fantasy sagen würde, erzählt werden. Aber ich freue mich drauf, wenn jemand ausschmückend Fantasy schreiben kann. Dann haben wir die Dunkeldornchroniken. Blüten aus Nacht war eine Empfehlung aus meiner Thalia-Buchhandlung. Eigentlich waren wir auf der Suche nach anderen Büchern. Dann sind wir irgendwie da stehen geblieben. Und dann kam, die Buchhändlerin hat total geschwärmt von dem Auftakt der Reihe von Katharina Seck. Eine geheimnisvolle Akademie, eine tödliche Pflanze und eine unbeugsame Heldin. Es ist eine Trilogie. Ich glaube, mittlerweile sind auch drei Bücher erschienen. Und sie hat so geschwärmt, dass mir gefühlt alles andere als egal war, weil mich dann auch der Klappentext gar nicht so anspricht. Genau, Panik, Parabranken aus Asche und Knospen aus Finsternis. Und ja, wir haben hier eine ein bisschen dunklere Akademie. Das finde ich immer ganz spannend. Es gibt Dunkeldornmagier. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin neugierig. Von daher freue ich mich darauf, das bald zu entdecken. Und dann, glaube ich, zwei Bücher, die jetzt auf jeden Fall im August, September dranstehen. Zum einen ist das eine ein Rezensionsexemplar, was jetzt zeitnah gelesen wird. Und zwar Vampiria, der Hof der Finsternis von Victor Dixon mit einem sehr coolen, wenn auch nicht ganz außergewöhnlichen Buchschnitt. Ist der Auftakt, glaube ich, einer Dilogie, nein, Trilogie, genau, sind auch alle drei schon abgebildet. Ist der Fantasy-Erfolg aus Frankreich. Und ja, ich bin, wer denkt bei Victor Dixon auch an Daryl Dixon aus The Walking Dead? Also ich gefühlt immer, traust du dich, mich zu lieben? Ich bin keine Adlige. Ich träume nicht von Bällen, sondern von Blut. Vom Blut des Königs. Und wir sind hier am Hofe Versailles rund um Ludwig XIV. Und der Vampiradel hat sich am Hofe der Finsternis in Versailles breitgemacht, in Dekadenz und Prunksucht und geben sich den Blutrausch auch hin. Und ja, ich bin sehr gespannt. Es klingt nach düsterer Vampirgeschichte. Und da freue ich mich wirklich sehr, sehr, sehr drauf. Wie auch auf Babel, ein Buch, das ich in der Bücherbüchsen-Ausgabe habe mit diesem sehr coolen Buchschnitt, habe ich mir auch in Leipzig mitgenommen. Ist auch von, ja, so ohne Buchschutzumschlag richtig schön gestaltet. Habe ich mir damals eben zur Leipziger Buchmesse sozusagen mitbringen lassen von der Bücherbüchse. Ist ein Wälzer von, ja, etwas über 700 Seiten. Hat mich aber mega angesprochen von R.F. Kuang. Tradudore, Tradudore. Übersetzung ist immer ein Akt des Verrats. Wir sind 1836 in Oxford, die Stadt der träumenden Türme. Und das ist das Zentrum allen Wissens und Fortschritts in der Welt. Denn dort befindet sich Babel, das königliche Institut für Übersetzung. Der Turm, von dem die ganze Macht des Empires ausgeht. Wir treffen hier auch einen weißen Jungen aus dem chinesischen Kanton und erfahren von einem geheimnisvollen Vormund, der ihn nach England gebracht hat, wo es scheint, dass Babel das Paradies wäre. Doch es scheint eher zu seinem Gefängnis zu werden. Und es ist ein spektakulärer Roman der preisgekrönten Autorin über die Magie der Sprache, die Gewalt des Kolonialismus und die Opfer des Widerstandes. Super, super neugierig. Freue ich mich auf jeden Fall darauf, es zu lesen und bin da schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Ja, das letzte haptische Buch ist dann auch eine kleine englische Geschichte, die ich bei den englischen Büchern irgendwie vergessen habe, weil sie einfach im falschen Regalfach lag. Und zwar The Tea Dragon Society habe ich bei der lieben Ruth von Zwischen Tausend Zeilen gesehen und habe es mir dann auch mal mitgenommen und wir haben hier einen kleinen Manga oder einen kleinen Comic und hier geht es eben um die kleinen Tee-Drachen. Und ja, ich bin super neugierig und das wird jetzt auf jeden Fall mal zwischendurch gelesen. Ja, dann kommen wir jetzt noch zum Hörbuch. Und zwar ist das der Knochensplitterpalast, der auftakt die Tochter. Ich blende es wieder mit ein. Ist auch jetzt erst im Juli, glaube ich, bei mir eingezogen. Wurde mir auch vom Verlag zur Verfügung gestellt, ist der Auftakt einer Trilogie. Ich glaube, der zweite Band ist jetzt erschienen, so bin ich darauf auch aufmerksam geworden. Und auch hier haben wir wohl feinste Fantasy und ein episches Werk. Und ich bin sehr gespannt, was es mit diesem Knochensplitterpalast dann auch auf sich hat. Und ich glaube, jetzt müsste ich auch alle E-Books durchhaben. Ich gehe mal schwer davon aus. Nein, Hörbücher, entschuldigt. Jetzt kommen wir zu den E-Books. Und zwar Cornworld Träume im kleinen Katzencafé. Sehnsucht nach Cornwell von Kara Lindnern ist der Auftakt einer Reihe. Ich glaube, mittlerweile gibt es drei. Der vierte Tag kommt im September. Und so bin ich auch darauf aufmerksam geworden. Und dachte, da musst du natürlich erst den ersten Band lesen. Und hier haben wir eine Protagonistin, die eben, ich glaube, von ihrer Tante ein Haus erbt. Und soll daraus ein Katzencafé machen. Irgendwie so. Und ich finde Cornwell immer super spannend. Ist auch etwas, was ich unbedingt mal bereisen möchte. Und so freue ich mich dann auf dieses Katzencafé. Dann letztes Jahr noch eingezogen. Konnte aufgrund von Krankheit dann nicht mehr gelesen werden in der Vorweihnachtszeit. Und zwar das Fest der Liebe. Ist auch, glaube ich, letztes Jahr herausgekommen. Da habe ich jetzt dieses Jahr tatsächlich schon vier Weihnachtsbücher, glaube ich, die ich lesen sollte, müsste, könnte. Hoffentlich kriege ich das durch. Meistens habe ich ja, wenn Bücher so imaginär auf einer Liste sind, immer keine Lust mehr. Ich kann nicht mehr sagen, um was es geht. Aber auf jeden Fall eine Weihnachtsgeschichte. Dann das Flüstern der Raben an Zeus. Ist auch, glaube ich, der Auftakt einer Trilogie. Und da bin ich in meiner Talia, ich glaube, über den zweiten oder dritten Band gestolpert. Mit so einem Wolf auf dem Cover. Fand ich super ansprechend. Ist auch High Fantasy, bin ich sehr, sehr neugierig. Weil ich finde, auch aus dem Verlag gibt es immer super spannende Bücher. Vielleicht hätte ich mir ein bisschen die Klappentexte mit rausnotieren sollen bei den E-Books. Da ist das nicht immer ganz so einfach. Aber wenn euch irgendwie ein Buch interessiert, ich werde sie nicht alle in der Infobox packen. Das ist jetzt, glaube ich, zu viel des Guten. Aber ihr findet natürlich die Bücher auch auf allen einschlägigen Plattformen. Ja, wo haben wir noch ein bisschen E-Book? Ja, hier. Und zwar Liebe, als gäbe es kein Morgen. Auch das ist erst im Juli eingezogen. Ist der Auftakt einer dreiteiligen Reihe rund um so ein bisschen das Leben mit Walen. Wir haben hier auch zwei Leute. Er hat seine Frau verloren, lebt mit der Tochter alleine. Und sie hat es auch irgendwie, ja, ist auch irgendwie einen Schicksalsschlag erlebt. Und beide treffen sich dann eben an dieser Küste, wo man Wale beobachten kann. Und ich liebe Wale und ich mag solche Schicksalsgeschichten und Lebensgeschichten. Und das fand ich einfach sehr spannend. Dann auch der Lighthouse Bookshop ist erst bei mir eingezogen. Da geht es eben um den Leuchtturm, der auch ein Antiquariat hat. Sich da eine Truppe von drei oder vier Leuten findet, die alle irgendwie, ja, denen etwas passiert ist, die da Zuflucht suchen. Dann stirbt der Besitzer. Und dann müssen eben alle vier gucken, wie sie sich dieses, ja, gemeinsame, ungewöhnliche Zuhause, ja, zu eigen machen. Und es auch behalten können. Dann habe ich noch Menschen, die wir noch nicht kennen von Freya Samson. Von der habe ich, glaube ich, schon zwei Bücher gelesen, ich glaube. Und hier geht es um das Busfahren. Und da trifft die Protagonistin jemanden in dem Bus, der vor zig Jahren, 20 Jahren, 25 Jahren auch mit der Linie gefahren ist, dort eine Frau kennengelernt hat und jetzt eben auf der Suche ist. Und sie dann eben beobachtet die Menschen im Zoo, im Bus und welche Geschichten, die dahinter haben. Und das hat mich auch sehr, sehr, sehr angesprochen. Und ich glaube, wenn ich das jetzt hier so richtig an meiner Liste sehe, müsste das eigentlich alles gewesen sein. Ja, ich glaube, wir sind meine 83 Bücher durch. War schon ein ganz schöner Akt, das so ein bisschen zu sortieren. Aber jetzt sieht dafür dann das Regal auch direkt sortiert und ordentlich aus. Es sind ja auch ein paar meiner Subbücher im Highlight-Regal, wenn sie eben zu gewissen Autoren, Autorinnen dazugehören. Wie zum Beispiel das Lea Badugo-Buch steht natürlich bei der Grischer-Reihe. Aber ja, ich glaube, das... Ja. Erzählt mir gerne mal, ob ihr eins der vielen Bücher jetzt vielleicht schon kennt, ob ihr sie begeistert gelesen habt oder ob ihr sie selbst auf dem Sub habt. Wenn ihr irgendwie Lust habt, vielleicht dann die Bücher in den nächsten Wochen, Monaten gemeinsam zu lesen, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Man kann jetzt ja zum Beispiel bei Rio auch wunderbar Buddy-Reads planen oder man findet sich irgendwie auf anderen Plattformen, um in kleinen Gruppen dann vielleicht das ein oder andere Buch zu lesen. Würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß mit meinen Subbüchern. Schaut gerne in den anderen Videos vorbei, wenn ihr noch nicht dort wart. Und ja, ist jetzt ganz schön, mal so einen Stand zu haben. Und dann vielleicht gucken wir einfach mal im nächsten Jahr, was dann auf dem Sub liegt und in der Hoffnung, dass dann möglichst nichts mehr von den Büchern sozusagen übrig ist. Und das war es jetzt von mir. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.